Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, herzlich willkommen auf unserem Uptrend Kanal. Mein Name ist Daniel und heute wollen wir mal so ein paar Themen aufräumen, weil wir da auch so ein bisschen mal das Recherchieren angefangen haben. Es geht um das Projekt WOW und bei unserem letzten Video, da gab es jetzt nicht nur flächendeckend Zuspruch. Deswegen wichtig vorweg, dieses Video trägt keinen Rev-Link. Wir wollen hier jetzt einfach mal eine objektive, freie und nicht irgendwie Berichterstattung schaffen, wo dann gleich wieder heißt, hier klick mal auf den Link. Das gibt es in dem Moment nicht. Falls du dich jetzt aber an der Stelle erstmal fragst, um was geht es denn überhaupt bei WOW, dann schau dir mal dieses Video an, denn heute schauen wir uns das Thema Firmierung an. Wer steht denn da überhaupt dahinter? Gibt es denn da überhaupt schon Partner? Wir haben es uns angeschaut und du erfährst alles im Video. Um dir das jetzt auch mal ganz plausibel zu zeigen und vor allem auch zu zeigen, wo wir die Infos herhaben, habe ich jetzt erstmal den Bildschirm geteilt. Und hier siehst du als erstes die Enigmatic Smile Ltd. Das ist quasi der Mutterkonzern, wenn man so möchte. Da sieht man jetzt hier auch die Shareholder, wo unter anderem auch die WOW Limited drunter ist. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel auf View All geht, okay, dann sieht man hier auch die ganzen Anteilseigner, also wer hier eben wie viel hält. Großer Spitzenreiter ist eben die WOW Limited. Und wenn man sich jetzt hier weiter durchklickt, dann sind wir erstmal auf der Enigmatic Smile Homepage. Das sieht man hier unten auch übrigens WOW. Und wenn man jetzt hier einfach mal auf News klickt, kommt man wieder auf eine Seite. Also ich sage gleich dazu, ich mache das jetzt mal im Schnellverfahren, weil sonst hat das Video am Ende wahrscheinlich eine halbe Stunde. Und wenn man jetzt hier wiederum nach unten weitergeht, kommen wir hier zu The Reward Collection. Da kann man draufklicken und hat wiederum, diese Seite habe ich dann extra schon aufgerufen, hier unten wiederum die Homepage, therewardcollection.com. So, wenn man sich jetzt hier mal eben auf dieser entsprechenden Domain, also mit Slash Partners dann logischerweise hinten dran, die Seite anschaut, dann sieht man hier plötzlich, hey, Deichmann, da gibt es Fossil, was auch wiederum ein Partner ist. Also da sind schon namenhafte Unternehmen mit dabei. Und du darfst dich hier auch gerne mal durch die Seite klicken, weil die Frage, die wir uns auch gestellt haben, da gibt es Menschen, die sagen, ja, welche Partnerschaften hat denn jetzt eigentlich WOW? Weil darum geht es ja im Kern. Sind da Partnerschaften dabei? Ja, dann läuft das System. Sind da keine mit dabei? Braucht eigentlich dieses Cashback-System beziehungsweise diese Cryptocurrency ja erstmal keine. Tja, und das ist eben genau das Spannende. WOW ist fester Partner, wiederum, also das konnten wir jetzt nicht ganz rauslesen, die halten, glaube ich, sogar knapp 30% oder sowas, also an der Stelle keine Gewähr für die Angabe und wir lassen uns da gerne korrigieren, an Reward Collection. Und Reward Collection, also das ist eine feste Partnerschaft, da gibt es jetzt kein, das ist in Verhandlungen oder so, das ist fix, das haben wir uns auch so bestätigen lassen. Und dadurch sind natürlich auch wiederum diese Partnerschaften bestehend. Denn, das ist das Entscheidende, The Reward Collection hat eben wiederum diesen, ich würde es jetzt mal salopp Einkaufsverbund nennen, ohne da in die Tiefe reinzuschauen, in der UK wiederum. Also, da darfst du dich auch wiederum hier gerne reinlesen, was ist da eben genau so, ja, das Ziel hinter The Reward Collection, was machen die überhaupt? Und ist auch eben alles mit Anschrift mit dabei, wir haben uns da hier auch mal durchgeklickt, du darfst das natürlich genau so machen, About Us zum Beispiel, hier genau in the UK, also das United Kingdom, was ist die Vision mit dabei? und so weiter und so fort. Auch das Team, das finden wir immer cool, dass das Team hier wirklich sichtbar ist, mit LinkedIn, das ist natürlich auch wieder ein hohes Grad an Seriosität, oder zumindest steigert das Ganze, wenn man da sieht, wer da mit dabei ist. Und alles in allem, MyWorld zum Beispiel, ist ja auch sehr bekannt, sind da schon ordentlich Partner mit am Start. Abschließend haben wir aber noch einen Punkt, der uns wichtig ist, weil der Unterschied zwischen Zentralität und Dezentralität, der ist, glaube ich, glauben wir, noch nicht so vielen Menschen bewusst. Vergleichen wir mal zum Beispiel mit Payback. Hinter Payback steht bekanntlich American Express. Das heißt, die Herausgabe wiederum entscheidet einzig und allein American Express. Bei Wow ist das ein bisschen anders, denn da sind die Händler ja wiederum die, die eben die Cryptocurrency rausgeben oder auch wiederum annehmen. Und jetzt kann man das so ein bisschen vergleichen. Es gibt zigtausende von Händlern, die wiederum quasi wie einzelne Nodes agieren und eben genau darüber die Entscheidungen treffen. Das heißt, nicht ein Unternehmen kann entscheiden, geht die Currency raus oder wird sie angenommen, sondern eben die vielen einzelnen verschiedenen Partner. An der Stelle sei erwähnt, wie gesagt, egal ob du sagst, ja, ich finde es cool, ich finde es nicht cool, hier ist für uns zumindest schon mal auf Hinblick der Unternehmenseinblick, welches Unternehmen steht dahinter beziehungsweise in den UK. Ja, es ist noch nicht Deutschland, aber da bestehen schon mal Partnerschaften. Da ist natürlich die Chance ganz nah, dass das Ganze auch noch deutlich größer aufgezogen werden kann. Und wiederum, was uns eben als letzter Stand gesagt wurde, Wow funktioniert eben bereits ohne das ganze Network und was da jetzt beschaffen wurde, seit knapp eben 10 Jahren. Also das heißt, relativ unwahrscheinlich, dass da eben jetzt zukünftig etwas nicht mehr funktioniert. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schreib uns gerne erstmal in die Kommentare, was hältst du denn von Wow? Was hast du dazu schon gehört? Da gibt es ja jetzt doch mittlerweile ein paar Videos. Sonst, wenn es dir dann immer noch gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen hoch, abonnier diesen Kanal und aktivier die Glocke. Und wenn du sagst, Hey, ja, ich habe da auch schon so ein bisschen Referrals aufgebaut und ein bisschen Struktur, Weiterempfehlungsmarketing etc. betrieben und du weißt eigentlich gar nicht so richtig, ja, wie muss ich denn das jetzt versteuern oder auch die anderen Cryptocurrencies, die du so hast, dann gebe ich dir an der Stelle den Tipp, weil wir haben wirklich lange gesucht, haben jetzt mittlerweile einen Experten an der Hand und das ist niemand Geringeres als Sebastian Bing, der wiederum in Kooperation auch noch mit Burkhard Küpper zusammenarbeitet, das kann man mal an der Stelle erwähnen, also der Herr ist auf jeden Fall sehr namenhaft, buch dir doch da einfach mal ein kostenfreies Infogespräch. Wir haben es hier unten in der Description verlinkt und ja, da kannst du dir einfach mal deine Tricks und Kniffe abholen, kannst dich mal beraten lassen, brauchst du überhaupt ein Gewerbe oder brauchst du es vielleicht auch nicht. Das alles wird dir da an Tipps mitgegeben und daher, wir können dir nur sagen, nutzt die Chance, es ist kostenfrei und danach gehst du auf jeden Fall mit mehr Wissen aus diesem Gespräch. Sonst, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin alles Gute, Ciao!